Ich bin nicht sofrieden. Einfach mit Klavier und Kick und Snare. Ich hab vielleicht... Warte mal. Shit. Ich hab ja das hier noch. Wenn das mal gehen würde. Hallo? Vielleicht nehm ich anstatt Dubstep-Samples ein normaler Drum-Sample. So, pass mal auf. Ich klatsche mir jetzt den Limiter hier rein. Es soll sich einfach übertrieben anhören. Ich hab jetzt übrigens diesen Booster nicht an und ich wundere, dass es so leise ist. Nachher wird er noch gemastert, wenn ich es fertig bekomme. Was ich nicht glaube. Weil ich würde maximal bis 24 Uhr streamen. Weil ich Todmüge bin. Singana. Ja, halt die Fresse bitte. Ja gut, das braucht wieder nur ein Slot. Ich kann gleich alles abspielen. Ist aber noch nicht so viel, was wir da hinbekommen haben. Ich kann doch jetzt mal schön schlafen gehen. Ich mach mein Mikrofon bisschen leeren. So. Äh. Hab ich das jetzt? Hab ich das jetzt? Hab ich das jetzt geklont? Oh, ich wollte es gerade löschen. Klon. Die Head ist ein bisschen zu laut hier. So. Pass mal auf. Das ist... Wupp Wupp machen wir jetzt. Bisschen Wupp Wupp. Dann Ende. Reicht schon. Ich kann dir meine ganz kleine Geschichte erzählen, solange ich die durchgehe. Klon. Und zwar, ich hab ja gerade Kopfhörer auf und ich hab auch Boxen. Und meine Kopfhörer sind so super, wenn die Stuhl quiekt, dass ich außen nichts hören kann. Also, wenn da jemand Staub saugt oder sowas höre ich das nicht gar... Also, ich hör schon ein bisschen, aber nicht so heftig durch die Kopfhörer. Und... Ja. Da hatte ich dann mal abends Kopfhörer auf, hab Musik gemacht und vergessen die Boxen auszumachen. Ich hab so ein Mischpult und das war noch ein bisschen an. Wupp 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 Wupp. Ja. Und dann hatte ich bis... Ja. Bis äh... 24 Uhr. Meine Mutter war nicht da. Die war tanzen. Bis 24 Uhr. Die Boxen sind voll aufgedreht, ohne dass ich das nicht bemerkt hab. Weil ich Kopfhörer auf hatte. Und am nächsten Tag hat mir ein Brief bekommen. Ja. Mit der Beschwerde, dass Musik bei uns lief. Vom Nachbar. Und das ist kein Witz. Seitdem passe ich die ganze Zeit auf, dass unten der Verstärker aus ist. Und ein Mischpult runtergedreht. Wenn der Verstärker aus ist, dann bringt auch das Mischpult nichts. Dann ist die Musik allgemein aus. Aber damals hatte ich halt immer den Verstärker an. Dann musste ich nur an diesen Regler rankommen und dann ist die Musik aufgedreht. Naja. Brauchst du die A noch oder nicht? Doch, ich brauch die A noch. Ich glaub, ich werd die noch verwenden. Die hab ich ja da zur Seite gepackt. Bist du ein... angespannt? Eingespann? Eingesp... Ich bin eingepennt. Ich kann nicht mehr lesen. Eingesp... 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 Eingepennt? Steht eindeutig eingepennt. Ich kann nicht mehr lesen. Ich bin nicht eingepennt. Wie kommt der da raus? Ich bin doch hier, hallo? Aber was meinst du? Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen Spackes hier einbringen. Mein Rekord am Zuschauen... äh... Zuschauer war... Ich glaub da hatte ich... weiß ich nicht... über 30... 35 oder sowas. Da war die ganze Liste voll. Ich kann nicht hier sehen, wie ihr alle zuguckt. Das ist übrigens auch der Chat, den ihr hier unten seht. Ähm... Ja, halt 35, das war... Das war vor ein paar Wochen. Das war auch der Stream, wo ich erzählt habe, dass... Mit dem Perry das Schnabbeltier. Ich kann das doch selber steuern, oder nicht? Ich kann das doch selber steuern, oder nicht? Und... ich... ich wusste es. Warte mal, warum ich... Warum ich gespeichert habe. Ja... Jetzt wisst ihr es. Okay. Ich liebe es, ich liebe es. Ohne Öl sieht das... Und... Also bei... 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 Eigentlich müsste alles okay sein. Das kann nur bei dir hängen. Bei mir funktioniert alles. Hallo, Yuga, Yuga, Yuga. Die gute alte Rückkehrstechnik. Die gute alte Rückkehrstechnik. So, und jetzt dazwischen kommen richtig auffällige, geile... Ja, wie von einem geilen Lied, was ich kenne. Da würde auch dieser Buster passen. Ja, das hatte ich ja schon. Ja gut, der greift akkord, aber ich glaube, das macht nichts, oder? Wie spät ist es? Weil ich habe Hunger und dann kann ich erst schlafen gehen. Toll, und ich bin müde. Bei mir wird angezeigt, Stream offline. Stimmt aber nicht, oder? Ich schicke das mal ganz kurz, dann müsste ich eigentlich... Moment... Nee, Stream ist nicht offline. Eines muss ich noch gucken... Moment... Blüpp... Das könnte am Proxy liegen. So, jetzt sieht der aus. Hier ist der Öffentlichkeit... Ja... Das ist ein wunderbares Beziehung... Aber kein Problem. Aber kein Problem. Das ist ja wieder on the stream, ich versteh grad gar nichts. Also zumindest zeigt mir das Programm das an, Shetty. Kann ich das hier nicht? Das ist ja wieder. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.